Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren YouTube-Video und auf unserem Kanal sofort und gleich. Wenn ihr euch nicht mehr Videos mehr verpassen wollt, dann drückt ihr mal auf Abonnieren, direkt daneben auf das Glöckchen und dann auf Aktivieren und dann kriegt ihr immer eine neue Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video laden. Zudem könnt ihr gerne mal ein Like da lassen, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Leut die Glock! So Leute, wir sind bei Google-Freunde Deutsch, also wir kommen jetzt erstmal, wir gehen jetzt erstmal auf zufällig. Heiratet! Übrigens ist es, ähm, was sagt das Internet, beziehungsweise was sagt Google? Ihr geht zum Beispiel ein Wort an, jetzt in dem Fall heiratet und danach gebt euch ja Google Vorschläge. Die Auto-Suggestion, die Vorschläge. Genau. Und zwar die Vorschläge, das muss man natürlich auch wissen, die Vorschläge kommen ja von den häufigsten Eingaben dazu. Also das, was die Leute am häufigsten eingeben, wenn sie suchen, das schlägt ja Google dann vor. Also heiratet... Er mich. Heiratet sie mich, ist dann meine Antwort. Willst du mich verarschen? Ich hätte es ja nicht mal gesehen. Und bist du wieder dran? Äh. Heiratet... Heiratet jeder... Heiratet mich wer? Nee, heiratete... Heiratete Prince Harry im Mai 2018. Heiratet Herrini Klum. Heiratet Englisch. Heirateten. Heiratete 1981 in der Londoner. Heiratete... Marjorie. Bekenn ich nicht. Marjorie. Heiratet, was euch an Frauen gut scheint, zwei, drei oder vier. Was heiratet, was euch an Frauen gut scheint, zwei, drei oder vier. Was? Warum heulen vier? Nö. Äh... Warum heulen... Hunde? Oder ne, Wölfe, 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 Wölfe. Das ist gut. Ah. Ja, Mann. Was hast du eingeben? Jetzt ist ein Teil. Warum heulen Hunde? Ja, ha, 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 ha. Nein. Warum heulen... Jetzt steht es 2-2. Es geht ja noch. So, bis jetzt steht 2-2. Warum heulen... Äh, warum heulen... So, Hunde, Wölfe, Katzen, Babys. Ja, warum heulen? Hör sofort bei Monopoly, wenn sie wieder mal verlieren, ich hab vorhin verloren, zweimal Hör mal auf, warte mal, ich muss ganz was gucken, warum heulen, du musst nicht gucken, du musst denken, warum heulen, Vögel, nein, warum heulen Sirenen, warum heulen Füchse, warum heulen Hunde bei Sirenen, warum heulen Wölfen bei Feuermund, warum heulen Huskies, warum heulen heute die Sirenen, also jetzt 3 zu 3, nein, 3 zu 2 für dich, Nach, du bist dran, Ich hab schon eins, Nach, 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 der, Hochzeit, Nach, Nach dem Tod, Nein, Nach, Nachrichten, Nachrichten, Paris, Nachtleben, Paris, Nachrichten, Frankreich, Nachrichten, heute Nachtigall, Nachtbus, Paris, Nachdenkseiten, Nachtcafé und Nachtkerze, Voiceover Schrauber, Was Man .. Was ist das denn? Ach in die Idee, okay, ich weiß eins auf jeden Fall, glaube ich, oder mei also oder mei mit y was meyer weft mei und endlich meyer hofer meyer meyer landruth spiel ist vorbei star stable was haben sie keine deutschen sein zufällig noch mal es macht keinen sinn ja noch was ja die finden irgendwie glaube ich nichts mehr deine mutter deine mutter stinkt deine mutter deine mutter wird so deine mutter jokes deine mutter wird so hart deine mutter hat vier kindern und sieben müssen deine mutter song deine mutter sxtn deine mutter lyrics sxtn deine mutter deine mutter song lyrics also jetzt 23 was mir lernte keine ahnung revils ah ok das weiß ich revils abonnenten was ok revils youtube revils revils fanfiction revils lemon revils kuss regel revils ff revils match revils schochen revils ach gott hilfe babysitter ist bowling ist bowling da bin ich dran oder teuer ist bowling gesund ja keine ahnung ist bowling einfach ist bowling ein sport sport ist bowling olympisch ist bowling eine ball sportart ok ich wollen was zu kämpfen so teuer alter wollte mich verarschen ist bowling teuer das ist das zählt berichte kommen ein präsent was soll man bei präsentiert regitte hast du vier punkte 3 regitte regitte jetzt sind die präsentiert ja echt ja präsentiert wcap istkelt da präsentiert produkten regitte kenn ich noch einen gardon nielsen ne magot bierlein wo man macron schon gar keine ahnung kann sich vor horoskop rezepte bierlein wie kann man wie kann man furzen wie kann man wie kann man billig einkaufen wie kann man wie kann man abnehmen wie kann man ein handy orten wie kann man wie kann man den lärm verringern der durch ein fahrzeug verursacht wird wie kann man so dumm sein fest und flauschig so krass vermissen wie kann man schnell abnehmen wie kann man seine beste freundin anspeichern wie kann man seinen freund anspeichern wie kann man in frankreich deutsches fernsehen wie kann man bei instagram musik hinzufügen mein gott wo ist meine wo ist meine mutter wo ist meine zukunft wo ist meine frau wo ist meine freundin was wo ist meine ip wo ist meine mama wo ist meine mama wo ist meine ja ohne scheiß okay wann beginnt der weltuntergang wann beginnt oh mein gott okay ich weiß was wann beginnt wann beginnt und die schule ja star wars 9 ach geh fort wann beginnt fort bei season 10 wann beginnt feuerwehr feuerwerk wann beginnt die tour des franzes wann beginnt der eiffelturm zu leuchten wann beginnt die bundesliga wann beginnt season 10 wann beginnt die fortwm dann beginnt die bachelorette drei fragen zu fort mit hilfe haus des geldes ist auf netflix nein haus des geldes ist haus des geldes ist gut haus des geldes ist eine serie ja das ist was haus des geldes ist naro ist schlecht ist zu ende ist eine wahre geschichte ist berlin am leben ist berlin der bruder vom professor haus des geldes ist an buch charakter haus des geldes ist ein butrile ein hund ist mein hund ist mein hund ist aggressiv mein hund ist schade mein hund ist tot mein hund ist krank mein hund das läufig mein hund ist schwul läufig habe ich mir gedacht unruhig zu dünnen heiser lustlos aha scheiße gremlins was der gremlins wollte ich mit dir schon mal gucken wolltest du noch nicht gucken kennst du da was ja gremlins 32 stück der alter des ziel doch das zähle das zähle stückst gleichstand gleich was 1 also das kann nicht sein gremlins gizmo gremlins figuren ja denke ich mir auch namen regeln in frau bilder trailers hast du wieder eins mehr als ich wohl leben ist es so geil wo wo liegt tokyo nein wo liegt afrika wo liegt australien wo liegt kursika 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 andora bali malta champan monaco elba die galle marokko menschen gefahren ist mir gerne darum was in kommentare abonniere sind kann da kostenlos bis dann und tschüss